ja leute hier das ist das rathaus hier von kreisbald das hier auf dem marktplatz hier ist der ratsapotheker 4 mann da wo ich hin will zum neuen und hier auf dem marktplatz ist uns auch mal hier ostermarkt fengst markt dann weihnachtsmarkt und so was das deutsche bank das kommerzbank das pizzeria da hier eiscafé san marco sparkasse kafferhaus marima und da hier links und rechts weg ist der boulevard hier sind ganz viele geschäfte und auch ganz kaffees bistro restaurants und so was wir gehen zu filmen jetzt bin ich hier drinnen zum seetest ja hier sind im rathaus hier der platz mit den fischerbrunnen und dann ist die suppenbar hier ist ja auch pizzeria und hier ansonsten hier geschäfte da mit paper hier schulladen also das ist und man sieht dann ja auch so wie weit sich das dahin zieht der boulevard und alles voller geschäfte 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 und wo man was essen gehen kann und so und andersrum genauso jetzt bist du eine ecke und das richtig groß eigentlich ja du warst bei firma drin und ich brauche auch eine weitsichtbrille das war alles noch nicht stark hier aber ich merke die entsprechenden gläsern auf dass ich besser gucken konnte und dann habe ich natürlich zwei weitsichtbrillen und zwei lesebrillen und zusammen alle und die weitsichtbrillen entspiegelt und zusammen 116 euro passt auf vier brillen und zwei entspiegelte 116 euro kann man nicht meckern da da ist gerade eine stadtführung man kann ihn bisher verstehen den führer der leuten aus erklärt und hier man sieht hier auch hier da hier braugasthaus kafferhaus marima und man sieht dann auch in den nebenstraßen so zieht sich alles hin lassen auch überall kleine geschäfte und so da auch die nebenstraßen sind diese giebelhäuser das hat man dann ab nach hause ja jetzt war ich noch mal hier in die tankstelle hat man noch mal hier zehn liter knister hier gekauft weil ich lese mal nach polen tanken fahren will dann nehme ich auch natürlich mit und hier ist so ein platz hier auf den den turmbaum markt war ich sonst früher gerne als ich noch ein haus habe ich viel geld gelassen hätte ich mal gespart und jetzt hier in den lüttel weil ich auch mal ganz gerne einkaufen und wenn ihr mal hier seid dass die kreiswahl muss ich auskennen kreiswahl hier das bistro das ist super also da kann man richtig gut essen aber haben sie auch schon ein bisschen verändert sonst hier vorne das stück das war nicht sonst draußen wir haben draußen gesessen und da ist eigentlich hier leck alex bistro da war sonst mehr dünner dünner und war super dünner war oder der beste dünner in kreiswahl hier und dann jetzt gleich erstmal gucken gehen dass sie wissen wie die einkauf der liegen ist eine gute ja im hintergrund ist er macht dieser hier china restaurante und da ist es auch schön und gut was muss war es mal so und falls euch gefallen hat der kleine abstecher in kreiswahl daumen hoch aber da lassen und ein auf die glocke hauen und dann bis zum nächsten mal